Hier bleiben. Wir brauchen einen sicheren Ort für Oliver. Es tut mir leid. Komm, Alice. Ich weiß nicht, was passiert ist. Sie waren hier in meiner Tasche. Bitte stillhalten. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß nicht, was passiert ist. Der Busbahnhof. Wir sind da, Alice, geschafft. Der letzte Bus an die Grenze ist voll. Ich glaube, Oliver mag dich. Ihre Tochter? Ja. Sie ist bezaubernd. Geschafft. Ich habe die Sandwiches. Deine Mutter weiß Bescheid. Da mal los, bevor wir den Bus verpassen. Du hast die Tickets, ja? Ja, Liebling, in meiner Tasche. Gut, dann lass uns gehen. Sicherheitskontrolle. Bitte stillhalten. Danke. Sicherheitskontrolle. Tut mir leid. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich war mir sicher. Scheiße, das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, was passiert ist. Sie können nicht weg sein. Hast du auch genau nachgesehen? Sie waren in meinem Rucksack. Der Umschlag muss rausgefallen sein. Fuck. Verzeihung, Sie haben nicht zufällig einen blauen Umschlag gesehen, oder? Da drinnen sind unsere Bustickets und... Oh, ist schon gut. Nein. Tut mir leid. Was machen wir denn jetzt? Wir können nicht hierbleiben. Wir brauchen einen sicheren Ort für Oliver. Es tut mir leid, Liebling. Ich weiß nicht, was passiert ist. Sie waren hier in meiner Tasche. Haben Sie Tickets? Ja, hier sind sie. Okay, weiter. Was passiert jetzt mit dieser Familie und ihrem Baby? Stehen Sie jetzt wegen uns? Wir mussten uns entscheiden, Alice. Entweder Sie oder wir. Wir müssen uns entscheiden, Alice. Wir müssen uns entscheiden, Alice. Ich muss auch nicht drin, Alice. Ich bin ein sehr starb, Alice. Ich bin ein sehrige, sehr interessiert. Ich bin ein sehr- und sehr interessiert. Ich bin ein sehr starb. Der Mann, der Mann, der Mann, der Mann, der Mann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017